Beim letzten Mal war der Nebel, das war so selten. Den Nebel hebe ich mal auf, wenn alles fertig ist, dann fangen wir langsam an, den Nebel zu akzeptieren. Dann lehnen wir aber auch los und mache hier mal ordentlich Rambazampe und töte die und mache noch eine Kampfarena. Quasi wie im alten Savegame, nur noch geiler. Was, 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 was? Hast du Angst, hä? Was ist denn? Mach dich ab! Aber ganz schnell! Ah? Das ist mein Revier.